Hey Leute, was geht? Hier ist wieder die lieb Josche mit einem neuen Part von Yoshi's Story. Im letzten Part haben wir die Limbo-Sache abgeschlossen und heute geht's in Geisterschloss. Ach ja, wir freuen uns immer gerne auf irgendwelche Geisterhäuser. Von daher, nimm uns erstmal, wo wir erstmal ein paar Leute wieder, die wir schon mal verloren haben. Von daher, so erstmal unseren Yoshi, unseren grünen. So, und du kannst noch den Dunkelblau mal wiederholen. Das wäre ja echt gut, oder echt nett von dir, wenn du das machen würdest. Dann haben wir, ja wir haben ja sau viele weiße Scheigeister wieder mitgenommen. So, dann haben wir auch alle wieder. Gut, nimm mal unseren blauen Yoshi und auf geht's! Yay, gut. So, das sieht hier sehr interessant aus. Okay, diese Geister sind hier sehr böse. Wenn die herausfinden, dass wir hier sind, haben wir ein Problem. So, gut. Ignorieren die... Bin ich hier? Hier bin ich? Hier? Hier? Okay. Das Ding schmeißen wir mal kurz weg, um ein bisschen Leben zu kriegen. Oh Gott, ne? So, komm mal her. So, die Typen müssen wir einfach ignorieren. So. Gut. Komm mal her. Au, shit. Ist das weh? Okay. Oh, wow, wow, wow. Okay. So. Können wir hier runter? Ja, natürlich können wir hier runter. Gut, was haben wir denn hier in diesen... Ja, blauen Röhren, die komischerweise grün geworden ist. Hallo. Hallo. So. Wie kann man... Recht einfach... Also, ist es besiegt? Ah, okay. Ist doch besiegt. So. Okay, da komm ich doch... Da muss ich hochkommen. Da ist ein... Da komm ich hoch, hab ich gesagt. Ach, warte mal kurz. So. Und jetzt hoch mit die... Ja, shee. Mann. So, es schaffen wir schon... Ah, nee. Da muss ich doch... Das muss doch irgendwie klappen, da hochzukommen. So. Und hoch mit mir. Ach, Mann. Jetzt. Ah, nee. Wiegt nix. Gut. Müssen wir anscheinend in eine andere Röhre rein. Um da heranzukommen. Gut. Oh Gott, nee. Wie oft wird's denn hier noch springen? Okay. So, also müssen wir in eine andere Röhre... Yoshi, please. Geh in diese Röhre rein. Danke. So, jetzt müssen wir den schnell ignorieren. So, hier gab es doch noch irgendwo eine Röhre. Na, anscheinend doch nicht. Obwohl, warte mal. Hier gab es ja noch eine andere Röhre, wo wir noch hoch könnten. Gut. Schauen wir mal hier rein. Äh, ja. Hier sieht es mager aus. Ich glaube... Hier kommen wir später wahrscheinlich irgendwann mal wieder hin. Um wieder rauszukommen. Okay. So, hallo. Ach, Brief. Lass mich in Ruhe. Okay. Schnapp uns doch schnell das Ding. Und abmarsch. In die nächste Tür. Aber das Geistenschloss wird wahrscheinlich etwas länger dauern. Denke ich mir zumindest. So. Den können wir einfach... Ich würde ihn am liebsten abknallen. Aber das geht leider nicht. So. Ups. Fail. Aber ich glaube, das brauchen wir... Oh, ach, da ist... Das ist eine gelbe Röhre? Gucken wir mal rein. Ach, hier kommen wir hin. Für den Schlüssel. Okay. Aber ich hätte auch da wieder... Na, egal. Pass... Passt schon irgendwie. So, und klettern wir schnell hoch. Und... Juhu. Gut. Geschafft. Na und? Gehst du da bitte rein, Yashi? Wär cool. Okay. So, jetzt sind wir wieder bei dem blauen. Ah ja. Das ist ein Spaß hier. Nein, da muss ich nicht rein. Du machst dich bitte wieder zum Stein. Und wir gehen dann weiter. So, dann haben wir zumindest schon mal den Schlüssel. Und haben dadurch ein Problem weniger. So. So, ich gehe... Ja, die rote, da muss man ja noch nicht rein. Ja, okay. Hier könnte die rote schon rein, aber ich will jetzt noch nicht rein. Hier nämlich... Oh, gibt's... Oh, was haben wir denn da oben? Ah, ein... Ein Freund von uns. Okay, so. Oh. Wow. Der rast aber echt extrem schnell. Muss ich echt zugeben. Kannst du bitte abbauen? Oh, please. So, einmal hoch. So. Ach, da... Ach so, da können wir auch rein. Aber wie komme ich da jetzt am besten hin? So. Ach, komm, Lies. Da will ich hoch. Lies. Ach. Ernsthaft. Okay. Gehen wir einfach hier rein. So. Gehen wir mal zuerst hier. Ach, wir sind hier schon bei vier. Oh. 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 So. So, lass mal... So, lass mal so. Hallo. Ah, der wollte ich jetzt... Ernsthaft? Da wollte ich jetzt nicht mal wieder rein. Mann. Nervig. Lass mich wieder rein. Wohl. Wollen wir uns? Wollen wir uns jetzt mal ein bisschen leben. Oh, und hauen wir jetzt schnell wieder ab. Ich mag diese... Geister mit diesen komischen Ohren irgendwie nicht. Das sind irgendwie merkwürdig. Gut. Gehen wir einfach auf, geht's. Ups. Pass auf. Okay, ähm... Ach, shit. Oh, please. Das ist nicht da, ja, ernst. Ach, komm. Muss das jetzt nochmal passieren? Doch. Oh, okay. So, nehmen wir unseren grünen Yoshi. Wir haben ja genügend Yoshis für das letzte Level. Aber bevor ich jetzt hier weitergehe, ruhe ich mir doch lieber ein bisschen Leben. So. Gut. Dann einmal leben. Mal hier. Oh, please. Und weiter. Und raus hier. Oh, Mann. Ich mag dieses... Diesen Geist ganz und gar nicht. Okay. So. Wir sind ja im letzten Bereich, also. Von daher. Ach, komm. Oh, please. Ich probiere mal was anderes. Ich probiere einfach mal durchzurennen. Ich glaube, das Beste, was ich machen kann. So. Also, Stelle, die ist auch so böse. Gut. So, danke. Und weg hier. So. Probieren wir es gleich nochmal. Hey, 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 hey. Ich bin hier. So. Hallo, mein Lieber. Mal hopp. Oh, okay. Hat sogar geklappt. Oh, wo sind wir jetzt gelandet? Euiuiui. Melone. Ups. Gut. Äh, wo sind wir hier? Gut. Äh, man... Ach, den hab ich ja... Soll ich denn sowas sehen hier? Hier ist alles so dunkel. Das Problem. Wie komm ich jetzt hier am besten durch? Ups, okay. Lauf mal einfach durch. Keine Lust auf so ein bisschen hier. Oh. Ach, ernsthaft. Ach, ernsthaft. Okay, ich verhaue hier gerade extrem. Dieser letzte Abteil. Ich frage mich gerade, ob sich das überhaupt lohnt, dort hinzugehen. Das ist eine große Frage. So, und wieder raus. So, probieren wir es jetzt nochmal. Das ist das schwerste... Äh, das ist das schwerste Sache hier im ganzen Spiel. Hä? Mann. Ja. Ja. Oh. Oh, das wird knapp. So, holen wir uns noch die Banane. Muss wieder auch voll hoch sein. Gut. So. Oh, oh man! Ich vergesse es jedes Mal. Boah, ernsthaft. Das gibt mir gerade Tiere vom Nerv. So. Ach so, ist noch super jetzt. Ach so, ich kann... Ich kann auch hier unten lang. Äh. Warum sagt mir das keiner? So, kriegst du. So, okay. Da hätte ich mir viel Arbeit erspart. Hätte ich das gewusst. Kurz. Du lässt mich mal bitte in Ruhe. Gut. Wir haben es geschafft, hier rüber zu kommen. Oh Gott, die tun ja weh, hm? Boah, please! Das ist mich zu mittenlohne. Gut. Geschafft. Uh. Uh. Warte mir hier ein bisschen. Oh Gott, der Stalkergeist verfolgt uns. Gut. Dann haben wir das zumindest geschafft. Dann haben wir das zumindest ein Superherd schon mal... Ist zumindest ein Superherd schon mal... Ist zumindest ein Superherd schon mal... Oh Gott. Okay. Ach so, hier fällt man dann runter. Gut. Hui, ich krieg keine Münzen. Yay. Gut. So, dann haben wir es noch schnell Leben. Und dann geht es auch direkt weiter. So, dann sind wir wieder hier. Oh, please! Ho ab. Gut. Huh, Mann! Das ist auch immer so eine Sache hier. So, bevor ich aber jetzt... ...denn hingehe... ...kriege ich mir jetzt mal ein bisschen Leben holen. So, ignorieren wir das... ...den Typen hier. ...und geht weiter. So, da kommen wir... ...da kommen wir bestimmt hin. Was ist... ...ah, please! Ach, Mann! Was passiert denn hier schon? So, jetzt bitte hoch. Jo, gut. So, hier krieg... Ah, okay. ...die haben wir wieder so eine Melonen-Sache. So, und... ...dün, dün, 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 dün... ...so. So. So, okay. Es ist schwierig, sie zu kriegen. Egal. Gehen wir mal mit unseren vier Melonen weiter. Und das wird wahrscheinlich nichts... ...werden. Aber hier müssen wir noch ein bisschen leben. Gut. Warum nicht? So. Hey. Gut. Kann ich da nicht auch runter? Nee, da ist auch nichts Gescheites. Gut. So. Dann gehen wir mal wieder hoch. Ach ja. Die ganzen Superhetzen. Na, das ist so eine Sache. Die zu finden. Na? Gut. Sind wir woanders rausgekommen? Hallo, Geist. Tschüss, Geist. So. Aber wir bräuchten... ...auf jeden Fall noch neue Eier. Das ist wichtig. Das ist ja wichtig gleich. ...dass wir hier auch gleich noch ein bisschen was verhauen können. So. Wir bräuchten einfach... ...so ganz geschillt, so. Ich kann dann mal hier hoch springen. Und die Frucht mit. Und weiter geht's. Gehen wir einfach mal hier oben rein. Kann ja nicht schaden. Ah, Gott. Hallo Nummer drei. So. Gut. Äh, ja. Ach so, okay. Hier kommt man hoch. Wir müssen halt nur ein bisschen warten. Bis da irgendwie... ...geister sind, die uns... ...nach oben bringen. Gut. ...so. Boah. Ja, Treugeister. Ich hasse diese Dinger. Wir rollen einfach nur rum. So, jetzt bitte hoch. Okay. Danke. Danke, Kleinen. So, kann ich da eigentlich... ...nein, da ist nix. Gut. Gehen wir mal weiter. Hallo. So. Jetzt bräuchte ich noch einen Geist, der mir... ...mich mal ein bisschen... ...mir mal ein bisschen hilft hier. So. Oh, dich ignorieren wir einfach mal geschickt. Oh, please. Ich mag diese Geiste ganz, so gar nicht. Die verwandeln sich auch... ...immer nach Lust und Laune. Okay, Melone. Lassen wir einfach mal Melone sein... ...und gehen weiter nach oben. So. So, dann bringe ich ihn mal kurz da hin. Wäre cool. Oh, er hat das auch. Das ist ein superherz. Cool. Und was haben wir hier? Dann haben wir wahrscheinlich irgendwas mit Melonen. So. Oh, perfekter Sprung. Das müsste ich nur auch nach oben. Kannst du hier wieder ein Stein werden, bitte? Bleib auch ein Stein, bitte. Danke. So. Und was haben wir hier? Ah, den zweiten Schlüssel. Gut. Dann haben wir das Abteil auch schon abgeschlossen. Und jetzt geht's wieder runter. Yay. Abwärts mit uns. Mium, mium, mium. Oh, sch. Ach. Beschleunigen wir das Ganze mal. Gut. So, dann müssen wir gleich in den letzten Bereich, den wir mit den Schlüssel freischalten. Und dort müsste sich da wahrscheinlich das letzte Superheld befinden. Aber wir hätten auch noch ein paar Früchte mitnehmen sollen. Ja, die hole ich dann natürlich gleich noch nach. Gut. Und weiter geht's. So. Hier oben war ja noch ein verschlossenes. Gut. So. Gut. Geisterschlüssel. Mal keiner. Okay. So. Was hast du hier? Was ist denn? Soll hier irgendwas sein? Nee. Okay. So. Früchte brauchen wir auf jeden Fall. Müssen natürlich alle mit. Ach, nö. Ach, wenn ich das schon wieder hier sehe. Kommt mal her. Boah, please. Please. Ach, ich hasse dich. Mein Gott. Das kann ich halt nicht angehen hier. So, gehen wir mal wieder zurück. Ich brauche ein Leben. So. Mit den blauen Yoshi geht's jetzt weiter. Boah, ich hasse Geisterhäuser. Ich bin einfach so undankbar. Nicht so möglich. So. Hier waren wir jetzt letzt gestorben. Weil mein... Oh. Ich... Ich werde jetzt einfach mal wieder unsichtbar. Ja. Hm. Danke. So. So. Ich brauche Sicht auf euch. Komm mal her. Und wehe, du verwandest jetzt. Boah. Mein Gott. Lass mich kurz auf dich landen. Das wäre cool. Oh Gott. Oh, jetzt ist sie rüber. Oh. Shit. Da habe ich ein Problem. Ich habe... Ich habe leider kein... Ah doch. Da kriegen wir Eier. Ja, gut. So. Dann geht mal her. Achso. Das ist nur eine Melone. Gehen wir wieder hoch? Oh. Oh, danke. So. Boah. Peace. Hm. So. Ich brauche halt noch ein paar Eier. Okay. Okay. Gehen wir mal wieder nach oben. Aber wir bleiben lieber oben. Boah. Dieser Geist. Ernsthaft. Oh shit. War doof. So. Ich komme da nicht ran. Ist auch egal. So. War das hier schon alles? Woher bin ich denn überhaupt hingekommen? Ist eine große Frage, ob da unten noch was ist. Nee. Da ist nichts. Okay. So. Dann gehen wir hier ein und schneiden wieder raus. Ach. Wo ist denn das letzte Super jetzt? Das ist doof. Gut. Hallo Geist. Alles gut? Gut. Dann hat sich das auch für dich. Süß. Nässt mich nicht mehr. Gut. Du nörst mich auch nicht. Gut. Da hat sich das. Für heute. Gut. Uns fehlt noch ein Super jetzt. Oh Gott. Das kann ja was werden hier. Gut. So. Dann gehen wir eben wieder zu der einen Stelle, wo ich verplant habe, hinzugehen. So. Und erst mal hier das Apfel wegbringen. Ja. Der ist echt böse. So. Und jetzt hier mal hoch. Es wäre cool, wenn ich da hochkommen würde. So. Danke. Und. Und. Boah. Ernsthaft. Ernsthaft. So scheiße versteckt. Ganz jetzt scheiße. Okay. Dann haben wir zumindest alle drei Superherzen. Und ich gehe jetzt noch schnell die Früchte holen. Gut. Gehen wir dafür aber auch. Die erste Sektion. Oh Gott. Die Früchte. Ah. Die Früchte zu holen. Das wird. Das ist ein bisschen mager hier mit den Früchten. Muss ich zugeben. Mhm. So. Holen müssen wir schnell die Früchte. Dann hat sich das auch. Boah. Please. Komm her. Das war dafür, dass du mich abgekleidet hast. Oder angerempelt. So. Haben wir hier noch irgendwelche Früchte? Das wäre cool, wenn ich hier noch welche finde. Oh Gott. Das Stalker-Ding. So. Wir haben ja nichts mehr. Gut. Gehen wir mal kurz in den ersten Bereich wieder. Und schauen dort mal nach, ob wir da irgendwas Gescheites finden. Früchte oder so. Wäre cool. So. Ah, natürlich komme ich da nicht ran. So. Zack. Eine Frucht. Warte. So. Das kannst du jetzt. Ah. Gut. Die blaue Röhr müssen wir ja nicht. Die auch nicht. Hallo. So. Frucht. Guck mal her. Boah. Wenn. Wenn. Ah. Ich bin gerade ein bisschen frustriert bei der ganzen Sache hier. Man stirbt. Man stirbt und stirbt und stirbt und stirbt. Ja. Wegen irgendwelchen dummen Sachen. Ach. Dieses Geisterhaus. Ernsthaft. Nichts. Alles. Ja. Guck mal her. Ja. Nein. Jetzt sind Früchte. Oh. Darf ich hier nicht runterrutschen? Das ist böse. Gut. Sonst haben wir hoch. Gut. Ich brüche mir noch ein paar, ja. Nur gut gebrauchen. So. Hier hinten hatten wir nichts mehr. Gut. Dann gehen wir wieder zurück. So. So. Die Disse orientiert man mit den Degen am besten. Gut. So. So, und jetzt weg hier. Ah. Mein Gott. So, okay. Bring uns mal zu zwei. Vielleicht haben wir da noch ein paar Früchte liegen lassen. Ist hier noch irgendwas? Es wäre cool, wenn hier noch was... Ach so. Ja, zwei war ja... Bin dumm. Gut. Schauen wir hier nochmal kurz rein. So. Ah, noch eine Frucht. Cool. Oh, noch eine Frucht. Cool. So. Gib mal die letzte Frucht her. Dann hat sich das... Oh. Geschafft. Wurde auch Zeit. Und jetzt Kampf gegen Baby-Powser. Na, Mama, Mama, Mama. Hallo. Hallo, kleiner Baby-Powser. Wie geht's altes Haus? Alles gut? Ups. Oh, ich mach her. Oh, lecker. So, es gibt eine schöne Bombe. und getroffen schade gut und warten 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 und jetzt so und normal oben die bombe ich muss es doch besser hinkriegen was ist jetzt passiert habe ich den jetzt irgendwie getroffen cool ok passt willst du mich kaputt machen? kannst du versuchen lies mal her ich bin unbeziehbar ha 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 so oh please toll einfach in die bombe reinspringen kannst du auch so gut bäm wo ist die letzte bombe? wer oh shit ich glaube ich kann auf den kopf springen gib mir die bombe da oben kann ich angehen hier oh please dann lass mich leben dann ruhig in die bombe oh shit oh shit oh ha 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 geil so hoi so schwere probleme hatte ich doch sonst noch nie bei baby bowser ernsthaft ok genug für dieses mal du hast den doofen baum gewonnen na tut mir leid baby bowser aber vielleicht klappst du es ja nächstes mal dann haben wir das erfolg ich abgeschlossen excessen den den ok ojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjja bei diesem level so und haben wir das finale auch schonmal wieder abgeschlossen fehlen als nur noch sechs level die wir noch durch durch spielen müssen oder wollen Von daher würde ich dann mal sagen Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder Bis dann und Ciao